Servus Rollerwalter, jetzt haben wir ja schon lange nichts mehr von dir gehört, was war los? Ja grüß dich, Servus, ja jetzt war es ein bisschen ruhiger, produktmäßig hat sich auch nicht so wirklich viel getan, aber jetzt habe ich natürlich ein super geiles Produkt da, die Super Soco CPX, E-Leichtkraftrad, 125er Klasse, 4 kW Radnabenmotor ohne Antriebsstrang, 171 Newtonmeter Drehmomenter, zwei Akkus, 60 Volt, 45 Amperestunden, da kannst du sagen, die lebt also von der Superleidtiefe, fünf Fahrstufen, drei zum normal fahren, zwei zum rangieren, einen zum langsam vorwärts fahren und eine auch zum rückwärts fahren. Ja Wahnsinn, gleich rückwärts fahren. Das ist sau cool, weil es ist doch ein bisschen schwer, hat 125 Kilo mit den zwei Akkus, also da ist das, wenn es ein bisschen bergauf geht, ist das ganz cool, wenn das die Maschine macht und nicht der Mensch das rückwärts fahren. Ja, wenn es jetzt in so Garagen einfahrt, rückwärts einmecherst oder so, oder? Zum Beispiel, genau. Ich kann mir das jetzt gerade nicht so recht vorstellen, aber. Du brauchst halt da nicht auf den Schirm mit aller Gewalt, sondern du sitzt dich halt drauf und du hast die Füße runter und lässt ihn schön rückwärts rollen. Zeig uns doch einmal, wo da die Akkus versteckt sind. Ja, die Akkus haben wir unter der Sitzbank, müssen wir da aufsperren, zwei Stücke. Die kommen mal ein bisschen näher zu dir. Die ist auch sauber abgedeckt, schaut, da ist ein Abmisch da drin recht schön aus. Ja, super. Da haben wir die zwei Akkus, Akkus A, Akkus B, Akku B. Fahren sie einzeln runter, also nicht alle parallel, sondern erst ein Akku, Akku A und wenn der auf 20 Prozent ist, dann kommt der Akku B dazu. Was wiegen die, so einzeln? Ja, der wiegt einer 18 Kilo. Ui. Also ganz so leicht ist er nicht, aber dafür ist er eine riesen Osche mit 60 Volt und 45 Amperstunden. Das ist schon. Also da hat er dann richtig Reichweite, oder? Was kann man sagen? Also der Hersteller sagt 140 Kilometer, das glaube ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, so um die 100 Kilometer, das wird passen. Naja gut, das ist natürlich auch immer vom Gewicht und von den Straßenverhältnissen und jetzt im Winter dann von der Temperatur abhängig. Ja, das ist schon richtig. Und was auch noch schön ist, da drinnen hat auch das Ladegerät, da kannst du das Ladegerät mitnehmen, du kannst die Akkus raus tun oder du kannst es da vorne anstecken, dann trägt er ein Lotto extern. Also echt ganz tolle Sache. Ein ganz super Teil. Machen sie dann doch einmal an, dass man mal sieht, wie das Display aussieht. Das machen wir doch ganz gerne. Da haben wir das schöne Display. Da sieht man jetzt den Akkustand da, da siehst du der Akku A, der hat jetzt, wenn jetzt der eine Balken weg ist, dann verschwindet der Akku A und dann fahrt er mit dem Akku B weiter. Und da hat er so eine drei Fahrstufen und da kannst du umschalten. Jetzt fahrt er rückwärts fahren, wenn F kommt. Bei A, wenn du oben bleibst, fahrt er langsam vorwärts. Und was ist dann die fünfte? Es sind fünf, also drei normale zum Straightfahren, eine langsame vorwärts zum Rangieren und eine rückwärts. Das sind fünf. Also echt gut. Und dann hat er da wieder wie immer... Das ist der andere klassisch Nioh, da hat er seine Tageskilometerzähler. Nein, nicht Nioh. Super Soko. Super Soko. Sein Tageskilometerzähler, seine Temperaturanzeige, seine Uhrzeit. Und was auch ganz toll ist und was auch wirklich viel Windweg nimmt, das ist das Windschild. Das ist standardmäßig mit dabei. Also das ist halt jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, denke ich mir mal, ist das ganz angenehm. Richtig. Ist das echt super angenehm, weil das halt schön drüber zieht hat. Und wenn es dann tatsächlich mal ein paar Spratzler runterkommen, bist du von vorn her schon ein bisschen geschützt. Das ist echt gut. Das ist echt ein hübsches Teil, gell? Das ist schon gut. Und was er auch hat, weil ich bin ja nachts auch schon gefahren, er hat ein super Licht. Also das Halogenlicht fahren, das ist ganz toll. Sitze doch einmal drauf, dass man mal sieht, wie groß bist du. Ein bisschen 1,88 Meter oder so. Also ein langer Lulatsch, wie man in beiden Sachen hat. Ja, ein langhaxer der Hund halt. Und man sitzt bequem drum. Und da ist auch hinten noch ordentlich Platz für Sozia oder Sozius. Passt also ganz gut. Also ich fahre ja auch damit, ich bin 1,68 Meter und das geht auch ganz gut. Weil Frauen haben ja oft das Problem, dass die Beine nicht so runterkommen. Du kommst aber gut runter. Ja, 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 ja. Und er ist auch von der Sitzbank, finde ich, nicht auch so breit in der Mitte. Also da sitzt man wirklich schön dran. Ja, das ist richtig. Er macht richtig Spaß zum Fahren. Hat natürlich wie alle anderen auch einen USB-Anschluss, damit man das Handy aufladen kann und hat ein CBS-Bremssystem. Das heißt, wenn du mit der Vorderbremse bremst, gehen auch 30 Prozent der Bremswirkung nach hinten auf die Rückdrückbremse, auf die Hinterbremse. Also das heißt, das ist nochmal ein zusätzliches Sicherheitsfeature? Ja, ist nochmal ein Sicherheitsfeature, genau. Also macht ein richtig tolles Teil. Macht richtig, richtig Spaß zum Fahren. Ja, super. Und was gibt es sonst noch Neues bei eFuture? Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Was gibt es sonst noch Neues? Na ja, unser TC Max haben wir da. Die stellt sich fest, die lieben nicht nur wir, sondern die lieben unsere Kunden auch. Also ist echt eine ganz tolle Sache. Die TC Max hat auch einen Akku. Ich zeige euch einmal. Ich glaube, wir haben es schon mal gesagt. Wir haben es schon mal vorgestellt. Wir haben es schon mal vorgestellt. Der ist da drinnen. Das ist der richtige Aschi. 25 Kilo, 72 Volt, 45 Amperestunden. Also da gibt es schon Muckis zum rausheben. Da kannst du das Fitnessstudio sparen. Na ja, Fitnessstudio darf man im Moment eh nicht. Da darf man Akkus rumschleppen. Da darf man Akku hieven. Passt auch ganz gut. Ja, also von der Seite her. Und ist natürlich auch vom Antriebskonzept ein bisschen anders. Hat Mittelmotor mit Zahnriemen. Die CPX hat einen Radnaubenmotor. Ich meine, die zwei sind halt für unterschiedliche Einsatzzwecke. Der eine ist halt zum sportlichen Grooven. Der andere ist, wenn man mal zu zweit eine längere Tour fahren möchte. Und wenn man ein bisschen einkaufen will oder so, kann man irgendwie nicht vergleichen. Aber deswegen gibt es ja zwei unterschiedliche Modelle. Das sind so zwei Weltanschauungen. Roller und Moped. Das prallt sowieso aufeinander. Schön und praktisch und super schön und einfach geil. Hast du sonst irgendwelche Neuigkeiten? 150 Euro Jubiläumsrabatt, glaube ich, gibt es noch bis Ende des Jahres oder bis Weihnachten? Ja, 150 Euro Jubiläumsrabatt kriegt ihr noch von uns, weil uns gibt es bereits fünf Jahre E-Future. Ja, geil. Geil, super geil. Und das wollen wir euch natürlich mit euch mitfeiern oder ihr mit uns feiern. Und deshalb gibt es die 150 Euro Jubiläumsrabatt bis einschließlich Weihnachten. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch von der Stadt München, da solltet ihr vielleicht schon dran denken, dass das dieses Jahr ausläuft. Aber da könnt ihr ja bei uns auf der Homepage schauen oder ruft es an, dann helfen wir euch, wir schreiben euch die Anträge. Also es wäre schade, wenn man dann schon weiß, dass man sich sowas vielleicht fürs nächste Frühjahr zulegen will und dass man dann auf die 1000 Euro verzichten muss. Also du schreibst die Angebote, die sind ja dann ein halbes Jahr gültig und dann kann man ganz entspannt bis nächstes Jahr, Mai, losfahren, oder? Ja, genau so läuft es. Also nach Genehmigung von der Stadt müsst ihr innerhalb von sechs Monaten kaufen. Also wenn ihr das im Dezember macht, dann seid ihr in der Ecke, je nachdem wann, Mai, Juni. Also könnt ihr euch entspannt noch die Stadt ein bisschen ausflündern und was für die E-Mobilität und auch für die Umwelt tun. Ja dann, Rollerwalter, danke für das Video, für die Erklärungen und wir sehen uns demnächst bald wieder. Wir sehen uns, glaube ich, dann schon ganz bald wieder, weil wir haben noch ein paar Neuigkeiten und das kommt auch schon ganz bald. Okay. Alles klar, also pfiert euch Servus. Mach's gut, Servus. Euer Rollerwalter. Mach's gut. Vielen Dank.